Jahre sind vergangen, dass Ordnit auszog, einen wilden Lindwurm zu erschlagen. Doch der Drache besiegte ihn und trug ihn in seine Höhle. Ordnit ist tot, nur Königin Cidrat ist noch am Leben und öde wurde das Land. Wolf Dietrich kommt aus dem Gebirge durch einen dunklen Tann geritten und gewahrt einen Ritter auf der Straße liegen. Der Drache hatte ihn zu Tode gebissen und dann aus dem Maule verloren. Voll Bedauern betrachtet er den Toten und beschließt Ordnit zu rächen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020